Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein kleines WoW Classic Update, wo ich euch einfach so ein bisschen berichte, was bei mir gerade im WoW Classic abgeht und ich habe es jetzt schon länger nicht gemacht, weil ich einfach etliche andere Dinge zu tun hatte und bin etwas inaktiv auf YouTube gewesen in den letzten Wochen und das will ich jetzt auf jeden Fall wieder ändern. Im Hintergrund könnt ihr hier gerade ein sehr schönes Gameplay von mir beobachten, wie ich hier schön Level 59er BGs quasi gehen werde, das werde ich euch gleich auch noch erzählen, dass ich das jetzt quasi in Zukunft auf Twitch öfter machen werde und bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, auch nochmal der Hinweis an der Stelle, ich werde jetzt auf jeden Fall in den nächsten anderthalb Monaten erstmal zusätzlich zu meinen Streams am Sonntag, Dienstag und Donnerstag, wo ich ja immer um 19 Uhr live bin, also ganz normal abends, ja die werden beibehalten, werde ich auch noch am Montag, am Mittwoch und am Freitag um 10 Uhr vormittags live gehen und genau bis 15 Uhr immer, also es sind echt coole Streams, ich habe jetzt schon zweimal gemacht, ja da waren echt schon sehr viele Leute am Start und da geht man mit so einer ganz anderen Energie irgendwie auch rein, das ist so richtig, richtig angenehm, da hat man so richtig Power noch am Morgen und genau, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr da gerne auch mal vorbeischauen. Genau, soviel zu dem Thema und ich würde sagen, jetzt würde ich euch erstmal gerade die Themen vorstellen, über die ich heute in dem Video reden möchte, es wird ein etwas längeres Video, aber ich denke, es gibt sehr viele interessante Punkte, von daher ist es auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Genau, erste große Thema, ich bin zurück auf Patchwork, auf meinem OG-Server, wo ich quasi immer nur weniger angefangen habe, das Lucifon-Projekt ist beendet für mich persönlich. Das zweite Thema, ich habe Rerolled, ich werde Warlock spielen als neuen Main, also Hexenmeister, meinen Shurken werde ich in Classic und wahrscheinlich auch in Burning Crusade nicht mehr spielen. Dann haben wir ein 3 und 3 Arena-Turnier gehabt, wo wahrscheinlich auch viele von euch reingeschaut haben, da werde ich auch ein bisschen was zu erzählen, wie ich das Event fand und wie es quasi damit weitergeht. Dann neue Stream-Zeiten habe ich eben schon leicht erwähnt, da werde ich noch so ein bisschen darauf eingehen, warum sich die Zeiten bei mir geändert haben und ich werde euch quasi sagen, was sich bei mir so ein bisschen im Real Life momentan verändert hat, in meinem privaten Leben. Da kommt aber nochmal ein Real Life Update Video, das werde ich vielleicht hier im Anschluss gleich noch drehen. Und das fünfte Thema wäre dann Akku Release Event Stream, auch eine sehr wichtige Geschichte und zwar haben wir ja nächste Woche am 29.07. den Tag, an dem quasi der Akku-Patch kommt, wo quasi in Silithus einfach ein riesiger Krieg ausbrechen wird und sich sehr viele Gilden die Köpfe einschlagen werden. Und da werde ich einen richtig geilen, fetten Event-Stream machen. Einen 24-Stunden-Stream habe ich auch noch nie gemacht. Das wird auch eine sehr spannende Geschichte, ob ich das so hinbekommen werde. Auf jeden Fall werde ich da ab 10 Uhr quasi live sein, an dem Mittwoch, an dem 29.07. Genau da kommen wir aber am Ende zum Video nochmal zu. Das ist quasi erstmal nur die grobe Einteilung von dem heutigen Video. Gut, fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an. Back auf Patchwork. Lucifron-Projekt für mich vorbei. Wieso, weshalb, warum? Ja, der eine oder andere, der mir auf Twitch zuschaut, der wird schon mitbekommen haben, dass ich nicht mehr auf Lucifron spiele. Ich habe meinen Hexenmeister quasi wieder auf, oder was heißt wieder, den habe ich ja auf Lucifron gelevelt, auf Patchwork transferiert. Ja, es ist ein schönes Projekt gewesen, was wir auf Lucifron hatten. Wir haben dort versucht, die Ali-Seite so ein bisschen wieder zu bevölkern. Und es gab noch ein paar andere Gründe, warum ich da hingehen wollte. Ich wollte einfach mit Mosen ein bisschen zusammen was machen, weil er ja quasi normalerweise nicht auf deutschen Servern spielt. Ich wollte mit ihm ein bisschen PvP machen. Ja, es ist einfach so, dass sich so ein paar Dinge geändert haben bei mir. Ihr müsst euch vorstellen, am Anfang, wo ich nach Lucifron gegangen bin, war das ein Nebenprojekt. Ja, ich habe mit meinem Schorken normal auf Patchwork graded, hatte da meine Gilde irgendwie und habe halt eben nebenbei auf Lucifron ein bisschen halt so rumgeeiert und in dem gut Kick, ja auch nochmal Grüße an die Gilde, ein Projekt da halt mitgemacht. Und im Laufe der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass ich mega Bock auf meinen Warlock habe. Und mittlerweile ist der Warlock mein Main-Char. Ja. Und wenn man halt nun mal Content im Internet macht, auf YouTube, auf Twitch und so weiter und so fort, dann denkt man natürlich auch sehr weit in die Zukunft ab und zu mal. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte nicht mit meinem Main-Char quasi dauerhaft auf Lucifron bleiben. Das ist für mich einfach dann doch ein zu großes Risiko irgendwie. Ein Server, der so ein krasses Ungleichgewicht hat von der Bevölkerung her. Da sind 99 90% Hordler drauf. Das war dann einfach für mich mit dem Main-Char nicht mehr tragbar. Und dann habe ich gesagt, ey, tut mir sehr leid, aber ich werde den Server verlassen. Ich werde zurück nach Patchwork gehen. Und ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen blauäugig auch nach Lucifron gegangen. Ich habe dann doch relativ schnell gemerkt, ja, dass man irgendwie auch auf, also man verbindet ja auch was mit seinem Server, wo man angefangen hat. Und die ganzen Leute, die man auch auf der Ali-Seite auf Patchwork kannte, die waren alle nicht mehr da. Ja, das Aha ist komplett tot. Es gibt nur sehr, sehr wenige Leute, die irgendwelche Enchants haben und so weiter. Es gibt ja kaum Ali-Spieler da. Ihr seid sehr limitiert. Und wenn man dann noch quasi rerollt und einen neuen Main-Char aufbauen möchte, dann ging das einfach nicht mehr. Und deswegen bin ich jetzt wieder full auf Patchwork am Start. Bin da auch mega happy. Und werde jetzt quasi alle meine weiteren Aktivitäten bis zu Burning Crusade dann auch auf Patchwork machen. So, nächstes Thema, Leute. Ich habe es eben gerade schon angeschnitten. Der Warlock ist mein neuer Main-Char. Ich habe quasi rerollt, wenn man so will. Warum? Wieso weshalb? Ja, ich habe jetzt jahrelang Schurke gespielt und habe einfach gemerkt, ey, ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Schurke momentan. Das hätte ich früher merken können. Im Nachhinein hätte ich gerne schon mit einem Hexer in Classic angefangen. Ist mir leider ein bisschen spät aufgefallen. Und ja, der Warlock ist mein neuer Main-Char. Der macht mir mega Bock. Der macht mir vor allem auch im BG Bock. Gerade so Battleground-Pvp war bei mir immer so ein Bereich, der mir mit einem Schurken gefühlt gar keinen Bock gemacht hat. Man steht irgendwie, also entweder man klatscht einen schnell um und dann kommt der Zerg an und man verreckt halt irgendwie. Mit einem Warlock kann man schön von hinten agieren und so weiter. Als Caster finde ich das einfach deutlich angenehmer im BG. Und genau, das heißt, ich werde mich auch, das wisst ihr ja auch, ich habe mit einem Raiden gequittet mittlerweile. Ich mache nur noch PvP. Und mein Plan ist eigentlich ein ganz cooler mit einem Warlock. Und zwar will ich 59er BGs mit dem Warlock machen. Das heißt, es gibt in der Warsong-Schlucht und im Arati-Becken eine 59er-Bracket mehr oder weniger. Ich glaube, die geht von Level 50 bis 59 oder 51 bis 59. Ich glaube aber 50 bis 59. Und das Schöne ist, da sind keine 60er im BG. Das heißt, da sind keine, also fast keine Stammgruppen, keine Leute mit Rang 14-Gear, keine Leute mit BWL-Gear und so weiter. Das heißt, man kann sich da eigentlich mit einem relativ, in Anführungszeichen, sag ich mal schlecht equippten Char, echt gut behaupten und geil PvP machen. Es gibt natürlich viele Leute, die, ich sage mal, das Bracket für sich entdeckt haben. Das heißt, da sind viele Leute drin, die jetzt auch zum Beispiel mit dem Group-Set rumrennen, weil man das eben auch schon mit Level 59 tragen kann. Das habe ich auch geplant. Und das ist halt echt geil und gerade auch für Ali-Spieler sehr interessant. Müsst ihr euch echt mal anschauen, weil man komischerweise sehr, sehr oft gewinnt in dem Bracket als Ali-Spieler. Während man eigentlich im Level-60er-Bracket gefühlt jedes BG verliert, gewinnt man in dem sehr viel. Das macht mir sehr Bock. Und da werde ich sehr viel von machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr auch gerne auf Twitch vorbeischauen. Und ich denke, ich werde nebenbei ein bisschen ranken. Ja, langfristig sicherlich dann auch irgendwann auf 60 hochleveln, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe. Aber jetzt wird erstmal schön Level 59er PvP durchgeballert. Und PvE schaue ich mir vielleicht am Ende von Akku nochmal an. Oder mit Naxxramas dann wieder. Das würde mich nochmal interessieren. Aber so diesen Early-Aku-Progress und so weiter werde ich mir auf jeden Fall nicht geben und mich da komplett auf PvP konzentrieren. Dritte Thematik. Die WoW Classic Arena Liga, unser 3-3-Turnier. Da hatten wir jetzt quasi letztes Wochenende das erste Event. Das hat den Montel, also der YouTuber Montel und ich gemeinsam gemacht, das Event. Und das war ein voller Erfolg. Ja, das war echt richtig geil. Also es war ein mega Event. Da sind richtig, richtig coole Teams am Start gewesen. Wir haben da richtig schöne 3-3-Arena-Kämpfe gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, dieses ganze Event war ein mega Aufwand während der letzten zwei Wochen. Deswegen habe ich auch weniger auf YouTube gemacht. Ganz ehrlich, so ein Arena-Turnier. Das kann man nicht mal so nebenbei machen. Da war wirklich unsere volle Aufmerksamkeit drin und da mussten Overlays gemacht werden. Da mussten Regeln geschrieben werden. Da musste Feedback verarbeitet werden von den Teilnehmern. Da mussten ganz viele Dinge geklärt werden und aus dem Grund kam halt einfach nicht so viel auf YouTube. Das wird sich jetzt natürlich wieder ändern. Ja, bloß wer das Arena-Turnier nicht mitbekommen hat, das lief über die Wargame-Funktion. Also ihr müsst euch vorstellen, die Teilnehmer konnten in 5-Mann-Gruppen in eine Warzone-Schlucht joinen und dort konnten wir dann 3-3-Turniere veranstalten. Zwei Leute von den jeweiligen Gruppen haben sich dann immer quasi an einen Punkt hingestellt und haben nicht mitgemacht. Und wie geht es damit weiter? Das Turnier wird, also die Arena-Turniere, die wir da so in Planung haben, die werden auf jeden Fall weiterkommen. Ja, vielleicht unter einem anderen Namen und auch vielleicht in anderer Zusammensetzung. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie es so weitergeht. Da sind wir gerade so in der Verhandlung mehr oder weniger. Und es wird auf jeden Fall weiter mit den Arena-Turnieren gehen. Ja, dann neue Stream-Zeiten habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Und zwar, ja, was soll ich sagen, bei mir gab es jetzt einige persönliche, private Änderungen einfach so in meinem Umfeld, die mich einfach dazu veranlasst haben, dass ich sage, ey, pass auf, ich wollte mir immer schon mal anschauen, wie es ist, wenn man vormittags live geht auf Twitch. Ich habe das schon vor Monaten schon mal auch so drüber nachgedacht gehabt, dass es ja auch ganz cool sein könnte irgendwie. Nicht nur, weil es auch taktisch ganz clever ist, so weil einfach, also ihr müsst euch vorstellen, es sind natürlich viel, viel weniger Viewer auf Twitch unterwegs, aber halt auch deutlich, deutlich weniger Live-Streamer. Und deswegen hat man da komischerweise mehr Viewer zahlen meistens, als wenn man abends live geht. Aber von meinem Job, von meinem Beruf her und so weiter war das eigentlich nicht so wirklich, naja, es wäre schon Nachbar gewesen, aber es wäre nicht so ideal gewesen, sage ich mal. Deswegen habe ich das eigentlich nie gemacht. Jetzt momentan geht es und deswegen bin ich jetzt quasi immer am Montag, am Mittwoch und am Freitag quasi um 10 Uhr live. Und es ist einfach eine interessante Geschichte, weil man halt, wie gesagt, mit viel mehr Energie reingeht irgendwie. Man ist halt dann kurz nach dem Aufstehen und nicht schon komplett platt vom Tag. Es wird auch noch ein Real-Life-Video kommen. Ja, Real-Life-Update, hört sich so dramatisch an immer, wo ich euch ein bisschen sage, ja, was bei mir gerade so abgeht, was sich ändern wird. Ich meine, wir stehen kurz zum Umzug hier aus Bonn. Wir gehen wieder nach Wolfsburg erstmal. Ja, das heißt, ich muss mir überlegen, wie mache ich das hier mit meinem Livestream-Setup, mit dem Internet und so weiter. Da gibt es natürlich noch viele Überlegungen, die man machen muss, wenn man quasi die ganze Geschichte hier auch aufrechterhalten möchte. Letztendlich ist ja schon sehr, sehr viel von meinem Leben so, die ganze Geschichte, Videos und Live-Gehen und so weiter. Von daher da gibt es viel zu tun und da wird auf jeden Fall auch ein Video noch zu dem Thema kommen. Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon mehr oder weniger am Ende angelangt. Das fünfte Thema war der Akku-Release-Stream, der quasi am 29.07. stattfinden wird, also genau in einer Woche ungefähr, am Mittwoch nächste Woche. Ab 10 Uhr, ich habe ja relativ viel schon gesagt am Anfang, wir werden auf Twitch richtig durchballern, Leute. Ich werde im kompletten Tag live sein, also das wird auf jeden Fall interessant. Link zu Twitch natürlich auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Wir werden Giveaways haben. Ich werde übermorgen einkaufen gehen, Leute. Ich werde richtig geile, ungesunde Nerd-Kellerkind-Gamer-Nahrung für euch besorgen, die ihr gewinnen könnt. Ich habe mir überlegt, so weißt du, ich will nicht so irgendwie, ich habe nicht so viel Geld irgendwie, dass ich euch mega Hardware droppen kann irgendwie. Ich will nicht so viel Kohle raushauen. Ich will geile Sachen raushauen irgendwie. Ich habe mir gedacht, einfach so lustige Sachen irgendwie. Ich werde so ein paar Pakete vorbereiten, wo so Energy-Drinks drin sind, irgendwie so typische Sachen, die man auf so eine LAN-Party früher mitgenommen hat. Und die könnt ihr quasi während dieses 24-Stunden-Streams gewinnen und die schicke ich euch dann nach Hause und abfahrt. Genau, also das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir werden da, huch, das habe ich gerade, die kann man hier verschoben. Jemanden supporten, der auch den Scarablord quasi machen will. Und wir werden da mit viel PvP-Lern unterwegs sein, viel PvP machen. Und das wird, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Event, weil wenn man überlegt, es ist im Grunde genommen das größte und geilste Event, was es überhaupt in WoW im Grunde genommen jemals gab. Von daher, da muss ich auf jeden Fall so ein Event reinhauen. Jo, Freunde in der Nacht, jetzt haben wir auch genug gequatscht. Ich würde sagen, ich habe euch alle Themen eigentlich jetzt aufgetischt, die mir momentan eingefallen sind, so in Bezug auf das, was in WoW gerade abgeht und so ein bisschen angeschnitten auch, was in My Real Life abgeht. Ich hoffe, ihr, ja, konntet einen kleinen Überblick gewinnen, habt das Gameplay im Hintergrund genossen. In dem Sinne würde ich sagen, wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video.